So, jetzt stoppt mal die Zeit, dass ich dabei brauche, so Prummischen. Ich bin mal gespannt, was ihr dabei raus habt. Er geht nicht unter 33 Sekunden. Er geht einfach nicht runter. Mission start. Hammer. Wow, was? So, ich glaube die Aufnahme aus dem Start wird. Btf? Oh, das ist hart. 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 LOL, wie schnell wandert der jetzt? 13 Sekunden Okay, also ich rieße die Schlange Das ist der Rekord. Ich hab 13 Sekunden gebraucht, 15. Da bieten wir jetzt noch mal kräftig. Ciao. So glaube ich mir das. So muss das sein. 3 Sekunden. So über eine ganze Sekunde schneller. Das war flach. So. 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 Vier Sekunden? Willst du mich jetzt schlaxen? A2R Reaction. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Enemy destroyed. Shhh. Yusef, the fastest player. Nice. Vier Sekunden. Vier Sekunden. Vier Sekunden. Ich zapp mich. Was? What? LOL Editing, destroyed No insert, destroyed E.T.O.N yaaaah JA wow Der, Xbox, controller so der xbox-beliehte controller der würde besser und schneller sein als der normale controller heißt ja nicht, ob es sonst die Elite hat so der xbox war klar, dass ich den schnellsten bekomme ich war über eine Minute schneller als das schnellste was ich vorgegeben habe und ich war in meinen Augen noch langsam da war ich nicht ich war in meinen Augen Ich kann es ja mal versuchen. Er hat einfach nicht richtig, weißt du was das war? Um. Ich fahre um 4 Sekunden schneller und in meinen Augen war ich zu langsam erstatten, weil der Wildschirm zeigt das ja schon lange an. Guck jetzt zum Beispiel. Guck mal. Verstehst du was ich mein? Die sind schneller wie das Spiel das überhaupt übersetzen kann. Verstehst du was? Das war mal der ZD-Flex. ETR Reaktion gone. Cyclops destroyed. The gate to the next unit is open. Please follow the arrow. ETR Reaktion gone. Cyclops destroyed. Crowd destroyed. Moneyhead destroyed. You set the fastest record. Congratulations. ETR Reaktion gone. ETR Reaktion gone. Mission start. Raptor destroyed. ETR Reaktion gone. ETR Reaktion gone. Enemy destroyed. Mommyhead destroyed. Man... Also... Die Mission hier muss ja echt aus dem tiefsten Winkel spielen, damit... Damit die Missles halt nicht an die Wattendecke zack. Da ist nix passiert, Alter... Wehe, da will die Mission nicht flachsen, Modulo. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Jo, bespitter denn Ja, ich mach gleich auch Ende Kommander ist weg E.T.R. Reaktion ist weg Bombi-Head ist weg Cyclops ist weg Enemy ist weg Bombi-Head ist weg Fünf Sekunden gehen hier Fünf Sekunden, Alter Fünf Sekunden, Alter Ein Run noch und dann noch zwei Kommander Mit einem Kaplosten Fünf Sekunden Entfernung Entfernung Fünf Sekunden Entfernung Entfernung Fünf Sekunden Entfernung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017